Wir haben hier einen Schrank für Wasserleitungen und so weiter. Jo, draußen. Draußen. Das ist immer... Draußen der rechts... der ganz rechts. Auf der Klippe da. Da. Da drüben. Irgendwo. Ey, ist doch cool, dass man tatsächlich die Wasserleitungen unter die Foundations packen kann. Boah, feier ich voll. Ich hab noch Pflanzenküppel, ich steck da rein, das ist nicht egal. Boah, ist das dunkel. Licht, Licht! Augen auf! Nee, ist so voll der Schatten. Boah. Augen auf, ich komme! Versteckt euch! So, jetzt brauch ich... Also ich wär schon dafür, dass wir so schnell wie möglich ne Waffenkammer bauen. Dann haben wir die Quest wenigstens. Ah nee, haha. Musst du erstmal noch ausfüllen. Ja, von jeder Dingens, von jeder, meine Waffe für jeden. Ja. Ja, aber dann haben wir wenigstens schon mal einen Anfang, weißt du? Dann kann ich da die ganzen Waffen reinstopfen und haben eine Sortierung schon mal. Ich hab jetzt leider den ganzen, äh, Schrank mit, äh, Tetsch einfach mal geplündert. Und vorne, da wo jetzt der Schrank ist, an der Mauer, da können wir ja so einen kleinen Turm bauen, wo wir dann auch Waffen drin lagen. Ich hab den oben, oben auf dem, äh, auf dem Stein gemacht. Direkt auf dem Stein. Hast nämlich voll die Aussicht dann. Ich mein aber unten, dass man, äh, so als kleines Zwischenlager, dass man da immer Sachen reinpacken kann, dass da Waffen drin sind, ein bisschen Material, um sich Werkzeug zu herzustellen, dass man nicht immer erst, ähm, zum Hauptlager laufen muss, weißt du? Ja. So, wir über Gebäude reden, äh, wir haben noch einen Platz gefunden am Freitag, wo man super noch einen Wachturm, einen Außenliegenden bauen kann. Echt gute Aussicht. Da hinten hängt irgendwas am Baum, das wird jetzt sterben. Wieder nur auf Krawall aus. Ja. Schlimm. Oh, das ist ein Schildkröte, welches Level hast du? Zwölf. Zwölf. Easy. Hier hängt der Baum fest, was will die sich machen? Dich töten lassen. Kriegst du in den Kopf, wenn du dich schon umdrehst, bitteschön. Was machen die Steinwände? Meine Bestellung? Ich bin am Holz sammeln, Steine haben wir, aber kein Holz. Ich hab nochmal 100 Holz hier unten, warte mal, ich komm mal hoch. Komm ich da nicht rüber. Kabax, könntest du dann vielleicht nochmal, äh, dich auch kurz um den Dings kümmern? Oh, ich bin gerade am Holz- und Steine-Farmen hier. Ja, du, wir können nicht beides machen, das geht nicht. Nein. Wir können dir nur entweder farmen, oder, aber dann musst du dich um den Track kümmern. Ich werde wahrscheinlich nachher wieder den ganzen Wald abholzen. Alles roden. Vorne den Strand hatte ich, ist dann ganz weg. Ich hab auch noch so viel Fleisch hier, Steine. Die scheiß Bären, die sind einfach so schwer. Essen. Ja, aber der hat schon keinen Hunger mehr. Wenn man jetzt einen Raptor sieht, ich hab ja noch einen Raptor um. Sattel hab ich schon. Die Bäume wieder abgehen? Aber jetzt nicht mehr. Deswegen fällig sie gerade alle. Ihr zappelt mit so da rum, zack. Genau. Oh, was ist das denn hier? Hier schwebt ein Stein. Es schwebt auch Gras, also. Jetzt muss ich echt unten drunter durchkriegen. Weiter geht es. Ja, dahinten ist ein grüner Strahl. Wie hier schon wieder der ganze Wald abgehölzt ist. Nein. Einbildung. Da fallen die nicht. Wer ist denn da hinten bei dem grünen Strahl? Der ist ja grüner Strahl. Da hinten im Wald. Das müsste Gabak sein. Ja. Holen doch schnell. Wenn du es noch schaffst. Wo ist denn da ein grüner Strahl? Hinter dir. Da hab ich keinen Platz für. Ich bin voller Holz. Gefüllt. Das ist wie die hier, ich hab Holz. Als gehen die Bäume wieder übelst ab. Ich bin schon... Hier haben wir doch genug Platz zum Bauen, Alter. Wo? Ah, hier überall. Bleibt sich um und bleibt von mir stehen. Gar nicht, ich laufe gleichzeitig. Seitlich. Ich bin hier beim Weg oben. Ach, jetzt hör auf. Der Strahl noch da? Ich seh ihn gar nicht mehr. Ich muss mich schon wieder mobben. Ja. Ist der Strahl noch da? Ich seh ihn nicht mehr. Ja. Jetzt Bäume sind im Weg. So ist wie die hier. Hast du Holz. Ich hab keine Steine mehr. Ach, jetzt hör auf. Ich hab auch Steine da. Der Strahl ist aber noch voll weit weg, ey. Das täuscht, dass der nicht so nah... Äh, dass der so nah wäre. Okay. So, jetzt haben wir nochmal neun Wände. Wieder alles aus. Neun? Das durfte sogar... Naja, nicht ganz. Ich hab schon wieder fünf Groß-Frei-Share. Delo getötet? Ach, die Schild... Die Schildkröte? Wolltest du grad sagen? Das war nämlich grad voll abgehackt. Ich bin noch kein Level 15. Ja, stimmt. Noch kein Level 15? Ne. Ich bin Level, äh, 11. Wobei gleich steig ich noch ein Level auf. Weil das geht echt verdammt schnell, wenn du so Sachen am Craften bist. Toll. Und jetzt fehlen natürlich die... Ja, ich feier nicht so Clamcraft. Jetzt fehlen natürlich die Foundations, die nur Dings herstellen kann. Toll. Meinst, äh, Eulenspiel oder Blackguard? Blackguard. Elke Foundation, Stein Foundation. Stein, ja. Ich hab 47 Punkte, also daran mag's nicht liegen, aber ich muss gucken, ob ich nicht vorher die Holz oder sowas lernen muss. Musste. Ich hab's jetzt hergestellt. Ich hab jetzt auch die Holz-Dinger gelernt, damit ich halt auch mal weiter bauen kann. Ich hab die Steine jetzt gelernt. Was braucht man dafür? Gar nicht so viel. Stein und Holz, aber nicht viel. 15 und 10. Wenn du leveln willst, bau einfach 100, äh, 1000. Holz-Foundations. Damit bin ich, glaub ich, in 5 Minuten einfach zwei Level hochgestiegen. Da brauch ich Fiber für. Alles im Lager. Nein. Es fehlt Stein. Stein und Holz, das ist doch schon... Nein. Bin mega langsam. Achso, du hattest ja hier noch Sperre. Da-da-da. Endlich wieder Fleisch. Sperre brauche ich. Da nehm ich mir Klammer 10 mit. Pass mir ein bisschen Fleisch da, wenn ich schon jagen gehe. Sperre sind sowohl im, ähm, Hauptlager als auch vorne an der Wand. Jo. Oh, grad gesehen. Ähm, 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 ähm. MMM. Achso, MM, hm? MM. Genau. Kennst du nicht MMM? Doch. Das ist der Bruder von, keine Ahnung, M&M's. Ach nee, das ist ja Product Placement, dann müssen wir rauspiepen. Hahahaha. Wär jetzt, nein. Das ist live? Das ist live. Hahahaha. Wie wär war das? Ach, hier, von einer, von einer Wochenshow. Kennt ihr den noch? Hier, Ingo, wie hieß der? Ingo Appel? Nee, nee, nee. Lück, zurück zu Lück hier. Und dann komm ich jetzt in den Fernsehen. Der hat doch immer so einen Charakter da gespielt. MMM, Freitag Nacht hier ist. Nee. Da gucke ich kein Fernsehen, tut mir leid. Hahaha. Das macht dumm. Hahaha. Nee, da schlafe ich. Ich brauche noch ein paar Steine jetzt hier, 15 Stück. Ja, das Fernsehen macht dumm, aber unglaublich viel Spaß. Hahaha. Was kostet Nerven? Ja, was Nerven ist, Hauptsteen, kosten wirklich Nerven. Fernsehen macht nicht dumm, meine Lieblingsserie ist von mir in den Brennpunkt. Genau. Das Schlimme ist, dass du auf den ganzen Tag da bist. Scheiße, ich müsste schon wieder mal runtergucken zum, zum Dingens. Ach, zum Dingens. Dingens. Und zum, zum, zum Trieg. Nenn die bitte so. Trieg? Ja. Trieg Wars. Ja, wir haben gleich die Wand zu, warte? Ich muss hier noch das eine hier ranhauen und... Bam, bada, bam, 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 bam. Zack. Warum sind hier eigentlich Sachen drin, die hier nicht reingehören? Das ist Ballastabladen, einfach nicht. Ja, merke ich schon. Ja, der, der, der ganze Kram hier ist mir. Den hab ich da rein. Ja, nimm ihn bitte sofort wieder mit. Entschuldigung. Kleidung, Stücke, alles. Das ist nicht schon mir. Hallo? Was sagst du nicht, die Schuhe? Die Schuhe nicht in meine Schuhe stehen. Wo ist dir das Holz drin? Da war doch Holz drin. Ja, das hab ich mir rausgenommen, weil ich's gefarmt habe. Reife gleich. Ich mach wie die Post und hocke hin und mach nichts mehr. Ich hab da auch vielleicht so eins, zwei Wood rausgenommen. Ja, 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 ja. Ein oder zwei oder auch zehntausend. Aber dann Steinwände verlangen. Genau. Ich hab irgendwie noch 80 bei mir. Fertisch nicht, wenn ich euch eher den Wald abholzern. Do it. Do it, genau. Ich bin ja auch dabei, gerade den ganzen Wald abholzen. Nächster vom Baum, nur drei Holz. Ja. Guck mal, ob der Trike... ...muss ich mal alle ins Hauptlager ballern. ...dass Trike schon wach ist. Nee, es liegt noch da. Doch. Pass auf, jetzt gehst du hin und es wird wach. Könnte passieren. Wär schade drum, aber könnte passieren. Ach, alles easy. Easy. Gerade mal bei der Hälfte. Ähm, ja. Wo soll die ganze Kleidung rein? Ach, egal. Einfach irgendwo reinschmeißen. Wie viele Steinwände brauchen wir denn jetzt noch? Naja. Auf jedem noch zwei hat sich ja der Herr Eulenspiegel gewünscht. Noch zwei Wände. Ach, man kann sich hier was wünschen? Nee, auf jedem eine... ...ääh, auf eine... ...ja. Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaub... ...ich sag ja nur mal 15. Okay. Okay. Mach keine mehr. Nein, mein Witz. Was ist denn das hier eigentlich? Warum... Hm. Wo kommt denn eigentlich Heid rein? Oh, gar nix sortiert hier. Bisschen sortieren hier im Dino. In meinem Dino herrscht Ordnung. Tucht und Ordnung. Toll, muss ich jetzt schon wieder hier mit dem losreiten, oder was? Ach, Mann, ey. Okay, Level up. Den Steine, das war ja klar. Ah. Komm, bald steht auf der Insel kein Baum mehr. Oh, die wachsen da ziemlich schnell nach, von daher. Ich brauche Narco-Berries. Danke. Hab ich nicht. Ja, die komischen Pflanzen ja auch nicht. Na, bist du langsam? Ja. Oh, sowas aber auch. Auch gleich hau ich um mich. Ich hätte auch gerade das Problem, dass ich zu langsam war. Zum Schluss hab ich auch noch einen Bogen im Angebot. Wenn du schneller wegläufst, als ich zuschlagen kann. Tja, jetzt bekriegen sie sich schon gegenseitig beim Holz holen. Ja. Bei Mobbing kenn ich nix. Da mobst du zurück. Ja. Und dann schmeißt du den Mob zurück. Da hinten kommt ein Strahl runter, vielleicht sind da Steine drin. Mann, ey. Alles findest du ja. Bloß keine Narco-Berries. Aber müssen wir uns demnächst erstmal von Bären ernähren, weil da ein Lager voll ist. Na. So, reicht. Zeig mal her hier. Was haben wir denn? 54. Geht doch. Kannst du den hochleveligen Truck eigentlich zu uns schicken. Als Holzlager. Damit wir nicht immer so lange laufen müssen. Ja, der muss erstmal fertig werden. Der braucht gerade ewig. Ich glaub, der hängt fest oder so. Bleib stehen. Stopp. Frisst der überhaupt mal? Das geht da so hin und her. Oh Mann. Jetzt hat er gefressen. Ich glaub, das hängt wirklich. Das hängt wirklich. Ich mach mal einen PIN-Code in die Dinosaurier-Gate. In das Dinosaurier-Gate. Jo. Oder können das andere Tribe-Mitglieder eh nicht. Äh, also unabhängige Tribe-Mitglieder. Wie, was, wer, wo. Kann ein Nicht-Trap-Mitglied die Türen öffnen? Äh, keine Ahnung. Nein, normalerweise nicht. Und damit, hallo, ich bin wieder da. Okay, dann brauchen wir auch keinen Code reinpacken. Die Thron kann auch keiner unabhängig. Doch, Thron, ja. Das weiß ich. Also, wenn ihr eine Tür mit einem Code versetzt, ist es dafür, dass dann Leute die Tür öffnen können, die den Code haben, aber außerhalb vom Stamm stehen. Ah. Ich hab gehört, du kümmerst dich hier wieder um den Trike. Mache ich, sobald ich gleich wieder im Spiel bin. Wobei ich, äh, die Vermutung habe, dass das hängt. Nee, warum das denn? Keine Ahnung, der Tamming-Balken geht immer vor-zurück, vor-zurück, vor-zurück. Das ist komisch. Ich will dich verarschen. Ja, übelst. Wir sollten ihn doch töten. Der liegt hier zwar schon seit drei Stunden. Boah, muss man überlegen. Normalerweise brauchst du so einen Tiden, eine Dreiviertelstunde. Ja, Level 3. Was, das ist Level 3? Nein, aber das braucht eine Dreiviertelstunde. Der hier ist ja 66. Ich schwör's dir, da passiert nix. Gar nix. Kannst ja gerne mal gucken, also. So, was brauchen wir als nächstes? Steine, habt ihr gesagt? Steine sind immer gut, äh. Ja, Steine halt. Hier am Strand liegen so viele. Was stimmt, die spawnen echt übelst schnell. Ja, also da kannst du hoch und runter auflesen, sofort wieder da. Laufst du jetzt drei Meter nach vorne, drehst dich um, dann sind's aber da da. Ich hab grad mal drei Wände von den geschätzten fünf. Wie viel brauchst du jetzt davon? Pro Wand brauchtest du 40 oder sowas? 40, ja. Steine. Ja, und 20 Holz. Alter, voll, Alter. Ja, um Holz kümmere ich mich gerade. Aber ich brauch selber Holzfoundations und Wände. Na, mach erst mal schnell die Wände fertig da. Dann haben wir den Wall fertig. Und für den Wall kriegt man doch... Meinst du jetzt Holzwände? Jo. Ja. Nee, ja, nee. Erst mal die Steine. Dann wird man noch eine Reihe Steine hinkriegen und dann... Holz ist schneller gefahren wie Stein, ist leider so. Naja, geht grad hier am Strand, ist echt krass. Es regnet. Jetzt geh ich doch da mal schnell gucken. Doch. Ich hab gar keine Regengrafik, aber das Geräusch hab ich. Ja, das kommt aber ein bisschen später.